China-Strategie. Wir bekommen bestimmt richtig viel Hate, weil Leute sagen, es heißt China. Habt ihr auch von den mutmaßlichen chinesischen Spionageballons mitbekommen? Diese sorgten in den letzten Wochen für viel Ärger. Wie stehen wir eigentlich zu Xi Jinpings China? Fünf Punkte unserer China-Strategie gibt es jetzt bei Free Facts von der Fraktion der Freien Demokraten. Straight out of Bundestag. Erstens. Allianz der Demokratien. Diese müssen zusammenstehen und weltweit für Rechtsstaatlichkeit und Demokratien stehen und werben. Zweitens. Menschenrechte. Wir müssen die Personen, die für Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sind, gezielt sanktionieren. Zum Beispiel die Verantwortlichen für die Verbrechen an den Uiguren. Drittens. Das demokratische Taiwan ist ein verlässlicher und wichtiger Partner für uns. Wir müssen Taiwan enger in die westlichen Bündnisse einbinden. Zum Beispiel in die Weltgesundheitsorganisation. Viertens. Mehr Freihandel. Wenn wir in einigen wirtschaftlichen Bereichen zu abhängig von China sind, ist die Antwort darauf nicht weniger, sondern mehr Vernetzung mit dem Rest der Welt. Zum Beispiel durch Freihandelsabkommen wie CETA mit Kanada. Fünftens. Freie Wissenschaft. Kooperationen zwischen chinesischen und deutschen Universitäten sollten nicht für militärische Zwecke von der Volksrepublik China missbraucht werden. Bestehende Kooperationen wollen wir deswegen überprüfen und wenn nötig beenden. Statt weiter abzuwarten, was das chinesische Regime macht, müssen wir endlich selber die Zügel in die Hand nehmen. Und zwar mit unserer …